Ähm, und zwar das hier. Ja, genau. Ja, okay, es sieht so aus, wie es aussehen soll. Ach, jetzt ist der ja auch... Ja. Da müssen die zwei jetzt auch noch weg. Ja, die können ja liegen bei mir. So, der noch weg, der und der noch weg. So, also hier, da und da, da unten. Ach, sie hat Säule. Oder Mauern, das ist eine Mauer. Kommen wir gleich dahin. Ja, doch, das ist schon richtig. So, so, so. Und jetzt müssen wir dahinter noch alles zugemauert werden. Und doch nochmal wechseln hier. Und ich brauche noch Material. Ähm, und zwar dann da und da. Das sollte doch so richtig sein. Und dann der hier da drauf. Da noch einer hin. Och, irgendwie da drüber. Achso, doch, Moment. Hier, da drüber? Aber jetzt müsste ich die von der Seite irgendwie... Oh ja, doch. Das da sollte gehen. Und dann da dran. Und da. Ja, genau. Sehr gut. Zack. Zack. Okay, so, schön. Hingekriegt. So, da haben wir jetzt endlich wieder Material in der Rückwand. Zack. Und der hier. Der da mit raus. So, sehr gut. Wie viel Platz haben wir noch? Ja, ein bisschen haben wir noch. Der kommt weg. So, das und das da. Ja, machen wir erst mal so. Die Höhlung hier. Dann eine Fackel rein. Ich bin ja gespannt, ob es dann wirklich hell genug ist. Aber ich denke mal schon. Eigentlich sollte es hell genug sein dann. So, so, so. Der da oben. Und an der Seite jetzt wieder die Mauern. So. Und jetzt haben wir hier noch ein bisschen was. Und der bleibt einfach frei hier, die zwei. Ich kann ja sowieso nichts anderes mehr damit machen. Nee, halt. Der muss anders hin. So. Und da. So. Genau, ja. Also das bleibt eben so einfach, wie es ist. Da kann man sonst nichts mehr machen. Gut, dann sind wir mit der einen Seite fertig. Kommen wir zur anderen. Fange ich jetzt auch wieder da vorne an, logischerweise. Das hier kann ich ja so lassen. Das hier muss ich versetzen. Das heißt, ich kann schon mal das hier wegmachen. Ich kann das alles wegmachen. Denn es muss ja alles neu gemacht werden. Oh, jetzt macht es nur einen weg. Naja, gut. So. Da muss also jetzt das mit den Stufen hin. So. 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 Und das da? Ja, genau. Das kann ja gleich bleiben hier. Das kann ja sogar bleiben. Sehr gut. Okay. Das hier weg. Da oben ist schon frei. Auch gut. So, dann der hier. Ne, oder? Doch. Ach ja, aber die müssen jetzt ersetzt werden hier. Der da hinten auch. Oh, der da oben auch. Das soll man ja nicht sehen, dass da Erde ist. So. Genau. Richtig. So passt das. Und dann kann da die Fackel weg. Das muss ich aber nur doch wegschlagen hier. Okay. Oh, dann muss ich ja wieder mit Stufen arbeiten. Äh, mit Treppen meine ich. So. Moment, der kommt noch weg hier. Das auch. So und so und so. Ich fülle das jetzt aus. So. Ja, okay, gut. Passt. Wie wäre es, wenn wir da vorne hier, da auch so. Das probiere ich jetzt doch einfach mal aus. Jetzt erstmal ohne die Verkleidung im Boden hier einfach sowas dahin machen würden. Boah, das sieht viel besser aus. Ja, doch. Genau. Das lasse ich so. Ich mache aber da oben dann natürlich noch. Da und da. Sowas hin und da unten auch. Kann ich jetzt einfach so machen. So, genau. Ja, das sieht viel besser aus. Oh, aber da. Das muss auch noch weg. Und hier ist alles gut. Gut. Machen wir hier weiter? Nee, nee, nee. So. Ist natürlich der Nachteil. Aber gut. Ist jetzt nur beim Bauen so. So, ist das hier das Richtige? Ja. Da einmal außen rum. Den da oben. Ach, dann müsste ich den in der Mitte hier gar nicht ersetzen hier. Stimmt. Ja, okay, gut. Aber hier unten muss ich das machen. So, so. Und dann dies und jenes. Okay. Okay. Ne, so. Da und da. Okay, wenn man sich eine Routine hat, dann... Nee, das war verkehrt. Da wird es ja fast langweilig. Aber es soll ja gemacht werden. Ja, das sieht viel besser aus. Und ich könnte auch in der Decke noch irgendwie was machen. Ja, gut. Aber eigentlich... Ja, was denn? Ich meine, außer Lampen oder so. Will ich aber nicht. Nee, das will ich hier nicht. Neun, zehn. Ja, das... Hier ist es acht. Ja, ich würde gerne hier... Also, in dem Treppenhaus hier, da will ich sowieso noch fackelnd reinmachen. Da hatte ich mir auch was überlegt. Ja, ja. Also, Fackeln sind jetzt auch da, aber irgendwie schöner eben machen. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Auf der einen Seite sind wir ja ohnehin schon fertig. Die anderen kriegen wir jetzt auch noch leicht hin. Was muss da? Da muss jetzt noch eins tiefer. Da in der Mitte noch eins. So. Dann kann ich ja mal hier den Zaun... Äh, die Mauer machen. Und das da oben. Fackel auch gleich. So, da jetzt noch die fünf. Da die drei und die zwei. Nee, der da oben. So. Ja, schon ist das wieder fertig. Auf zum nächsten. Dieses hier. Brauchen wir wieder Stufen. Mensch, diese Zombies, die nerven aber. Können wir mal aufhören. Das nervt, ey. Nee, der muss unterirdisch irgendwie sein. Denn, äh, wenn er draußen wäre, wäre er ja schon längst verbrannt. Denn wir sehen ja links oben in der Leiste, wir haben gerade Tag. Oh, da fällt ja wieder alles daneben. Ach nö, ich will ja sicher runterkrabbeln und das holen. Ich muss aber noch tiefer hier. Musst ja auch noch weg hier. Eins, zwei, drei. Ja, der hier muss noch weg. So, das ist der Außenraum. Da, da und da und da unten. Ja, okay. Und dann müssen die zwei da oben noch weg. Der hier. Der hier. Nein, damit ich die Fackel, damit ich was sehe. Äh, da und da noch. Und der heißt mit diesen... Mauern da voll. Genau, so. Ach nee, da oben. Wie, was hab ich da jetzt gemacht? Da muss doch das hier hin. Ach so, hab ich einfach noch nicht hingesetzt. Ja, okay, ja gut. Ich meine, offensichtlich hab ich das einfach noch nicht hingesetzt. Aber ich dachte... Ach nee, komm, ich will das doch alles behalten. Ich dachte, ich hätte schon. Ach, soll ich die jetzt... Nee, ich bin zu geizig. Komm, ich sammle die rein. Dann kann ich die von da vorne. Sofern vorhanden noch. Auch mitnehmen. Dann komm ich jetzt wieder nach oben. So, da bin ich wieder. Äh, da muss ich jetzt das mit den Treppen machen. Okay. So, so. So, so. Ganz schön aufwendig eigentlich, das Ganze. Aber das ist mir egal. Sieht cool aus. Dann soll es bleiben. So, dann hier. War das richtig? Ja, dann war richtig. So, zack, zack. Fackel drauf. Da kann ich gleich so reinpacken. Da kann ich gleich das mal hinmachen. So, so. Wo halt die Mauern. So, genau. Das jetzt mal auch. Ja, wir sind ja bald vorne. Noch wie viele... Sagen Sie das? Eins, zwei, drei, vier. Vier. So, wie es aussieht. Gut, erst kommt hier wieder das einfache. Das mit den Treppen. So, halt. Und da und dahin. Dann das weg hier. Okay. Ja, das war's schon. So, so. Und... Fackel drauf. Dann will ich gleich mal die hier wegmachen. So, so. Und... Ehm, Moment mal. Das hier. Ja, genau. Doch, das hier. Und das hier. Na komm, weg hier. Aber ich sehe gerade... Ich muss... Ich müsste eigentlich den auch nicht wegmachen. Aber... Naja. Hier, da kommt ja dann... Also hier dann... Kommt ja sowieso das Ding hier davor. Ah, ne. Aber ich brauche das, weil ich das da unten sehe. Ah, richtig. Okay, gut. Alles klar. Dann soll es da bleiben. Also, wenn man denn so genau hinschauen würde. Was sowieso niemand tut. Aber ist mir egal. Ich will das so haben. Ich bin da pingelig. Ne, wenn schon, dann mache ich das auch vernünftig. So. Und jetzt haben wir noch eins. Ja, gut. Äh, Moment. Da muss ich... Ja, das da. Und gegenüber... Moment mal. Stimmt hier irgendwas nicht? Nö, doch. Das ist... Ach, ne. Da muss... Ah, Moment. Da muss alles mit der Fackel hin. Da habe ich mich gar nicht vertan. Da muss alles mit der Fackel hin. So. Das hier noch weg. Und das hier. So. Fackel drauf, dann sehe ich was. Da alle weg. Alle drei. Und da nur diese zwei. So. Wo wir das schon haben hier. Das da hin. Und die Mauer. Reicht auch noch. So. Damit sind wir durch. Die zwei bleiben eben übrig. Da könnte man aber so noch in die Ecke. Zack. Zack. Ach doch. Ja, eigentlich. Nein. So. Dahin. Wie sieht's aus hier? Ne, ich wollte das hier. Ja, es ist mindestens neun. Okay, das reicht. Jetzt wirkt der Gang auch viel breiter. Ja, das sieht cool aus. Das gewinnt mir. Die... Das Licht sieht man... Ja, also nur wenn man direkt hinschaut. Die Fackel. Wie wäre es jetzt oben... ...da noch irgendwie was zu machen? Ja, nur was denn hier? Irgendwie sowas in der Art hier? Ja, das... Ja, okay, ne? Das ist gewiss eine... So eine gewisse Auflockerung hier in dem Ganzen. Aber... Naja, muss das wirklich sein? Ne, ich glaub nicht. Ach, nö. Mir genügt das so. Dann will ich jetzt doch gleich mal schauen... ...wie ich da draußen... Äh, da oben meine ich... ...hier irgendwie mit den Fackeln was machen kann. Ich will ja hier noch Licht haben. Und ich will also das mit Fackeln machen. So, hier. Und ich will die Fackeln auch ein bisschen versetzen. In die Wand hinein. Zum Beispiel auch gleich hier. Da drin und dahinter... ...die Erde eben weg. Und auch so auslegen. Oder vielleicht wäre es besser, das da vorne zu machen. Ja, komm, jetzt ist er schon hier. So wichtig ist es ja auch nicht. Ich mach hier mal die Fackeln weg. So. Damit ich mir mal eine Vorstellung machen kann davon... ...wie es denn hier so aussieht, wenn die Fackeln nicht da sind. Also wo denn... Boah, es ist das Dunkel. Wo denn da Licht hin müsste? Ich dachte da unten... Moment mal, jetzt stehe ich hier. Und dann da in der Fackel. Da... Nee, oder... Ah, nee, nee, nee. Meine Idee war das doch so. Richtig. Irgendwann kann ich mich wieder... Da weg... ...und da weg... ...und dann hier... ...und dann hier... ...und dann hier... Vielen Dank.